Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Battlefield 4. Ja, ich glaube es ist der 13. Part. Und ja, es ist auch wieder ohne Intro, denn ich habe schon bei Call of Duty Black Ops erwähnt, dass es Probleme macht. Ja, das haben wir schon gesehen. Jetzt kann ich rüberspringen. Und dann suchen wir hier im Gefängnis sein. Ja, genau, das haben wir schon das letzte Mal gehört. Da kann ich ja hier zwischendurch ein bisschen babern. Jo. Wir sprechen überhaupt nicht, aber... Ja, okay, ich sage jetzt mal nichts mehr, ich könnte trotzdem das nochmal hören. Ein bisschen umschauen. Ja, wow. Denkst du, dein Land wird dich retten? Oh nein. Du wirst hier verrotten. Du hast keinen Grund mitzutrauen, aber ich kann auch nicht alles allein erledigen. Entschuldigung. Okay, nehmen wir jetzt eine Klinge. So, jetzt können wir wieder nochmal anfangen. Die Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Kling. Du bist stark und hast die Fähigkeit, uns aus diesem Loch rauszubekommen. Okay. Hier haben wir also die Fähigkeit, aus diesem Loch zu bekommen. Ach, also aus der Toilette. Es sei denn, du willst den Gestank hier unten auch in den letzten Stunden deines Lebens riechen. Ich glaube, das wird man ja hören, oder mir ist nichts Alarm. Können wir auch? Ich will auch. Oh, scheiße. X, klettern. Okay. Das könnte lustig sein. Oh, dieses Orange. Springen müssen wir. Oh, das müssen wir jetzt drücken. X und springen. Hopp. Perfekt. Komm schon, Marie. Rauf auf die Rohre. Springen. Aha. Jetzt müssen wir wieder auf die Rohre springen. Ja. Oh. Ja, ich sehe, was wurde gefallen. Mach mal rein. Halb lang. Er könnte ja auch mal helfen. Aber lass uns alles jetzt. Entkomme. Unser Missionsziel. Gut. Wenn wir zusammenbleiben, überleben wir sie. Könnte es sein. Wenn du eine Kugel einfängst, kann ich nichts machen. Dort bist du Nutzung. Ja, das stimmt. Und der genauso. Oh, wir werden uns fast nicht decken. Aber nur fast, glaube ich. Nein, das stimmt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja, jetzt sind wir sie genau. Das war meine. Gemein. Das zu tun, was ich am besten kann. Tutten. Deine Anwesenheit ist ein Geschenk für mich. Hat für ordentlich Werbel gesorgt. Von Touren und der Miete kann man alle manuellen Schwerz erreichen. Und aus, wenn ihr Fieber... Oh, ich hab dich genommen. Können wir jetzt auch eine Waffe nehmen oder so? Nicht. Ich gebe dir Deckung. Geh du rauf und mach das Schloss auf. Doch. Die Schaubbogen. Was ist die nächste Arten? Was ist denn das für ein Gefängnis? Niemand hat den Waffe, ey. Gehen wir weiter hier... Weiter. Geht sie jetzt überhaupt mit auf. ganz leise, da hat er eine Waffe, aber ich habe mir noch keine Waffe hat er nur gesagt aus dem Licht bleiben mal sehen was passiert, wenn es da jetzt noch geht ok, es hat uns doch niemand gesehen, ist jetzt alles leise, wir haben es geschaltet wir öffnen nachher die Tore, nehmen wir mal die hier, sie haben ein Trophäe verdient schau, wahl, gar keine Ahnung, ich kann es nicht lesen haben wir noch was? zwei Waffe nicht, da haben wir etwas stark gemacht jetzt kommt vielleicht der Alarm, ich weiß nicht so lust schön, dass hier oben einfach mal so eine Waffe liegt ja wieso bin ich denn jetzt gestorben, man da oben ist ja gar niemand oder war niemand keine Ahnung, ist halt Battlefield, logisch okay und jetzt haben wir wieder, ah doch bleiben, oder was? dann lege ich mit mir auf den Boden, wenn wir kiechen mal sehen, dass wir sollten sie uns ja nicht treffen oder treffen sie uns doch oder treffen sie uns doch ja hat ihr gehört? ich halte sie alle aus helft doch mir auch helft doch auch und die müssen nicht mehr alles alleine machen, na klar ja so kann man aus dem Gefängnis der Einte tötet alle und andere wartet dort und tut gar nichts was oh fuck, das kommt wieder hin ah fuck off es ist wieder jemand hochgekommen ich sehe das halt schlecht mit dieser Waffe weil ja, lad mal weil ähm ja kein ähm Licht so, komm jetzt wir müssen zum Aufzug okay, diesem Sieg finde ich noch cool let's células ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme diese jetzt kommt einer hoch oder ok jetzt hilft er auch an uns der schießt da ein bisschen keine ahnung auf den boden ich konnte nichts mehr machen diese steuerung hier im gefängnis ist so scheiße man aber was wollen wir da jetzt tun nochmal probieren natürlich noch ein bisschen zeit was ist das die kleine scheiße ja ja hilf doch auch mal was steht da da weiß und dann nichts kann ich mal schon wieder ich kann nichts mehr machen wenn ich kann es mehr machen wenn ich das ist ein bug übernimm du die andere seite ich kann das nicht ok das müssen wir jetzt trotzdem machen da hört ja nichts geh jetzt wieder rein seht ihr das geht nicht eh der controller ist aufgeladen aber es geht einfach nicht Das kackt mich an. Du bleibst da draußen. Nein, du bleibst da. Du bleibst da hinten. Die stören nämlich auch ein bisschen. Der kann sich auch zurücknehmen. Okay, ein Rücken. So, vom Friss. Aber wir hatten noch genug den Zungen gehabt. Aber egal. Den machen wir hier weiter. Boah, wie noch? Okay, sonst nichts mehr. Und jetzt werden sie uns wieder angezeigt. Die Feinde. Der Eingang ist hier. Und wir kommen hier mal wieder regenerieren. Und es geht so schnell hier. Oh. Geh wieder rein. So. So, ich glaube das mal schaffen. Ich gehe jetzt auf diese. Das ist nicht. Die Feinde. 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 Oh, die Feinde. Okay, jetzt muss ich nur nachladen. Oh, ich habe gerade gesagt, komm schon, geh rein jetzt! Mir hier wird nie so wenig leben. In diesem scheiß Gefängnis da. Keine Kanade, du möchtest. Was sind das jetzt alle? Nein. Nein, du, komm jetzt! So, jetzt ist er drückt. Sind es jetzt alle? Ja genau, es sind alle. Endlich geschafft, so muss es gehen. Also, von Anfang an so ist das so schon. Schalter? 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 So. Okay, aufhinein. Seht ihr auf? Okay, ich habe ihm geholfen. Ja, wir haben ihm geholfen. Hallo. Können wir die noch befreien eigentlich? Nein. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Wo ist Pack? Ich lasse ihn nicht zurück. Ist da drin, oder? Ja, komm! Pack! Pack! Wo haben sie ihn hingemacht? Was redest du da? Da vorne ist der Fahrstuhl. Und das ist der einzige Ausweg. Wir gehen nicht da unter Pack! Pass auf! Ich werde nicht hier unten... Shoot! Ah, die haben wir uns erst jetzt gemerkt. Ich werde auch einen Shotgun haben. Dann halt eben nicht. Gehen wir hier. Aha! Alles in die Luft gegangen. So. Hier rein. So, das finde ich noch praktisch hier. Regenerieren, regenerieren. So, schon besser. Komm schon! Oh, okay. Es hat nicht mehr geklappt. Ah, scheiße ey! Wieso sterben wir denn jetzt so viel? Wir sind ja schon so weit... Soweit wir kommen. Da muss das jetzt... doch nicht mehr sein. Wo haben sie ihn hingemacht? Was redest du da? Da vorne ist der Fahrstuhl. Und das ist der einzige Ausweg. Wir gehen nicht da unter Pack! Pass auf! Ich werde nicht hier unten drauf gehen. Entweder kommst du mit, oder du bleibst hier! Und du bleibst dreheern. Naja, ich halte sie alle aus. Ich halte sie alle aus. Ich halte sie alle aus und mich. Können wir nachladen? Oh mein Gott, ist der tot? Ja. Wo ist der? Wir sterben wieder, glaub ich. Ich seh's schon kommen. Oder? Nee, wir haben's geschafft. Da ist Irish. Komm du Stück Scheiße. Ist der tot? Ha! Komm! Waren wir tot. Genau, das hat jetzt besser geklappt als beim ersten Mal. Aber wir spielen ja auch auf schwer, deshalb... Wir kommen in den Aufzug, komm schon. Dann gehen wir hier nach oben. Ah! Heben nach oben. Und los geht's. Wie ist denn das? Sieht nicht so stabil aus. Wer ist der Kerl? Dein Partner? Ist der okay? Wo sind wir? Singapur, oder? Ist ja aber komisch. Dein Freund macht Wienze. Ich bin Irish. This Wraker. Back. Back. Oh Scheiße, genau. Du weißt nicht, was da oben ist? Keine Ahnung, hä? Dunkel. Ich sehe genau so viel... oder genau so wenig wie ihr. Bald findest du's raus. Ja, okay. Ja, okay. Ich muss jetzt auch wieder einen Cut machen, denn... Wir müssen den Typen folgen. Aber ich traue es nicht. Ich habe gepaartet, wie das eine Länge erreicht. Also, normale Länge. Und... Ja, das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, es hat kein Intro, wie schon gesagt. Ja, ihr hattet es ja erst von Anfang an schon gemerkt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. No, es ist nicht mal.